Was ist das für ein Game, wenn man sagt, jetzt bitte nicht Dauntless, lesen kann ich. Warte mal, ich muss kurz auf den Kampf konzentrieren. Let's go. Lol. Oh, die ist ganz schnell schnell. Holy shit. Hau, die habe ich echt erschrocken gerade. Lol. Okay, ich habe einen schweren Hammertreffer. Wo testen wir mal kurz? Lass mich das mal gucken, ob ich das noch testen kann. Lol. Alter, schweizer Hammer. Siehst du das? Von wem? Von mir, guck mal, wie ich schaue. Guck mal, eins. Guck mal, wie langsam das geht. Zwei. Und wie er das denn herzieht. Geil. Schwerer Angriff. Ach du Scheiße, da ist ein Schuss drin. Das ist eine Pistole. Ein Gewehr. Ja, aber heute irgendeinen Fernkampf bestimmt. Lol. Das Schwert, mein Katsuya. Das ist das Zweitbeste. Okay. Moin, Funky Boy. Na, da hinten kämpfen sie schon. Ah ja. Es schreit schon. Was ist das für ein Game? Wenn du sagst, bitte nicht Dauntless. Lesen kann ich. Warte mal, ich muss kurz auf den Kampf konzentrieren. Let's go. Lol. Holy shit. Hau, ich hab mich erschrocken gerade. Lol. Ja, aber ich bringe die uns an. Egal, das ist ja. Boah, nice. Okay, ich hab einen schweren Hammer-Treffer. Also ein Hammer-Treffer, 230 Damage. 250. Nice. Und nochmal 336. Da ist es. Und sie flieht. Ja. Ich hab dir Folgen aufgenommen. Weil bei dem sieht man's besser, dass er weggeht. Der fliegt einfach weg. Ja. Bei dem Magma-Typ eben war's mir nicht klar. Ähm. Ich bin Fährtenleser, ihr könnt mir folgen. Siehst du die Spuren hier im Schnee? Hier muss es langgeflogen sein. Da ist er. Geschickt ausgewichen. Rausgeflogen. Erste Runde, Mocke. Ah, guck mal. Erlegt. Was ich schade finde, ist, dass wir Tiere erlegen. Aber es sind kein Tier, aber es sind immer mehr. Aber Augenfühler sind Dämonen. Dämon Hunter sind wir. Ja. So, Waffencheck. Eins, zwei. Okay, der... Oh! Dreimal. Eins, zwei, drei. Vierte ist so ein Multiangriff. Ah, das ist richtig simpel. Viermal links. Oh, nice, ja. Oder dreimal rechts. Eins. Zwei. Drei. Das war's. Ja, relativ einfacher. Sag mal, bei der ersten Kombo, ne? Viermal links. Dann ist der fünfte Schlag in einer Kreisbewegung. Weißt du, wie das funktioniert? Okay. Gedrückt halten. Beim fünften gedrückt halten, sagt er. Ah, okay. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. WTF! Du musst die linke Maun, als er gedrückt hat, dann macht er einen richtig langen Komboangriff. Oh, sie geht aber tief runter, sicher. Oh, Schädigfalle. Und Game Over. Und wieder 30 Euro bezahlen. Dädädä. Es gibt ja so ein Spiel, ne? Wo du echt nur ein Leben hast. Vielen Dank, dass Sie die Beta gespielt haben. Wir bewerten hier ihr Spielerlebnis. Ist das nicht derselbe von eben? Ja, ich glaub schon. Also der vorletzte. Ja. Ouch. Ach, jetzt mit dem Speer ist super nervig irgendwie, ne? Quält mir gar nicht. Aber wir müssen durch. Ja. Scheiße, super nervig mit dem Speer. Alter Schwede, schlechteste Waffe für mich hier. Boah, ist das nervig. Weil du auch so punktuell nur triffst. Wie so ein Zahnschorrer. Leuch. Boah, der hat direkt auf dich gefordert. Krass, ne? Aiming ist da. Ja. Er ist wieder rot. Er wird böse. Wenn wir den Schwanz nicht abgeschlagen müssen. Oh, 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 oh. Oh, ich brenne. Ich helfe dir. Okay. Passt schon. Er hat nur rollt anscheinend. Okay, jetzt heil ich mich mal. Ey, das ist so krass. Man hat schon das Gefühl, wenn der Schwanz einschlägt, ist der ganze Boden vibriert, ne? Ja, er hat nicht mehr viel. Also, wie die Waffe zuschlägt, finde ich schon nice optisch. Aber es ist so wenig Kombos, finde ich. Ja, und kein Impact irgendwie. Ich weiß nicht. Oder ob man ihn streichelt, weißt du? Ja. Aber er guckelt schon. Der hat nicht mehr viel. Vorsicht, Lava. Er ist down. Nice. Wollte er sich gerade wegteleportieren? Wir haben ihn noch gekillt. Das sah so aus. Wüste. Oh, auch geil. Komplett neue Map. Nice. Gut, Axt-Check. Auch nur zwei Kombos? Links, links, rechts, rechts? Oder viermal rechts? Nur eins. Zwei. Ah. Ah, da ist er. Neuer Gegner. Ja. Let's go. Boah, das war aber ein Head-Treffer. Hast du das Gefühl, dass du in den Kopf triffst, dass es mehr Schaden macht? Manchmal mache ich mehr Schaden, aber ich kann nicht verifizieren, woran es geht. Oh, scheiße, ich bin einfach slow. Oh, jetzt habe ich mal 400 gemacht. Mit den kleinen, muss ich mal vorstellen. Okay, krass. LoL, stand down. Nächste Runde machen wir auf jeden Fall private. Ich hätte jetzt den Loot, der da überall rumliegt, verpasst. Echt? Ich glaube, wir haben noch Zeit, den einzuwenden. Auf geht's. Bin gespannt. Neue Map, neue Gegner. Ihr Hunt ist begonnen. Ich drücke die Daumen. Danke dir, Barty. Scheint ist etwas Schwieriges für sein, Dave. Nun aufpassen. Okay, ein Echse. Drask war das, ne? Okay, auf geht's. Auf geht's. Er hat mich gesehen. Wow! Er hat mich abgeschossen. Alter Schwierig, ich bin immer noch elektrisiert. Paralysiert? Ja, also das war echt der übelste Angriff, den ich bis jetzt abbekommen habe von irgendwas. Auf den Schwanz, ich denke, der ist groß genug zum Abhacken. Ja, ich lenke ihn ab. Alter Schwede. Wow! Ich gebe den Schwanz. Ich bin direkt unter ihm durchgebeut. Das war das. Shit. Das ist die Combo, aber hat mich gekauft. Ja. Oh! Hä? Ablenkungssakete, Leute. Oh, der, der... Oh, volle Breite. Das hintere rechte Bein ist slow. Und der Schwanz. Okay, hau. Ich will mich heilen. Oh Mann, der lässt mich nicht. Nein, nein, nein. Jetzt. Hinteres rechte Bein ist richtig am Qualmen. Niemand hauen. Ja. Okay, hat sich gelöst. Oh, ey. Wow, schwerste Treffer hat er eingesteckt von meiner Combo. Hat endlich mal gesessen. Aber ich bin sehr low. Was denn jetzt? Ich glaube, das ist Halbzeit. Nice. Gegner in Sicht. Schießt die Leuchttrakete ab. Boah, mich erwischt. Echt? Aus der Entfernung? Aus der Entfernung, ey. Krass. Sniper-Monster. Wir haben hier einen neuen Heilpool. Ich glaube, die Waffe ist aber auch... Nein, geht raus. Headshot. 844. Nice. Mit dem Schuss, oder was? Ja. Geil. Vorsicht, Schuss. Slain. Nice. Geil. Der war hab ich, Leute. Boah. Ah, da steht er. Moin, Peter. Mit X könnt ihr die Waffe wegstecken, sagt Doktor.